Musik 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 Wenn's gut werden muss. So Leute, nach diesem übelst geilen Intro begrüße ich euch ganz herzlich zu einer neuen Folge ASMR. Ah, guck mal. Tast du mal auf hinten drauf. Ja, hinten da ist safe. Safe. Kein Leben mehr. Unter uns. Schade eigentlich. Schade nicht. Vielen Dank. Ist der runtergefallen? Ja. Ah, schade, der Loot wär so lecker gewesen. Ah, also er hat gebaut, aber nicht gesneakt dabei. Bruder! Magie! Goodbye, my friend! Nein! Ich hab nicht ausgetrunken, aber weggeschmissen. So Leute, neue Runde, neues Glück. Ich hab jetzt hier mal auch das Kit gewechselt. Nämlich bin ich jetzt nicht mehr als Kaninchen unterwegs, sondern als Tank. Aber dafür ist Richard jetzt als Kaninchen. Ab. Ab. Geil! Fack! Richard, los, komm bitte schnell! Nein! 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 Ich würde gerne jetzt Leute killen, aber... ... 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 warte lebt davon noch irgendwas da unten ja der typ ich hab noch ich hab zwei leute runter geschickt aber ich hab keinen einzigen kegel ja ich hab aber noch einen anderen runtergeschoben da 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 ist oben einer da oben einer über uns über uns direkt über uns ja der hat stärke eingeworfen ist das dein scheiß ernst mann warum machst du das eigentlich immer aber ich habe ganz viel tolles zeug für dich das ist schön glaube ich aber irgendwie nicht da kriegst du auch wieder naja ok ich hab wirklich gar keinen platz wieder hier rein alter oh ne das bist du ich hab gerade hinter mir das step scott und dachte mir so uh ich hab einen da sind nur noch die zwei da drüben ist hier ich gehe noch nicht nein doch du bist ein assi scheiße ich habe sogar die fenster oben alle zugebaut ich bin absolut brand safe Unter dem Stein hier war der Hand. Och, fuck, die habe ich total vergessen. Oh, nee. Also, Leute. Neuer Lifehack auf der Map Vacation. Habt ihr gesehen? Der ist der Diablog. Da ist einer drin, den könnten wir easy holen. Der hat nicht so krasses Zeug. Wollen wir mit der Enderpearl? Ja, jo. Ich habe die Enderpearl gegen dich geworfen. Okay, so, Leute. Letzte Runde, ne? Wisst ihr Bescheid? Entweder die Wörter, das Video ist vorbei, also. Es ist sowas. Ja, genau. Genau. Ach, apropos, weißt du, was in der Folge noch gar nicht war? Baum. Richtig. Perfekt. Doch, hat noch keiner mitbekommen. Ich bin tot. What? So, Leute. Jetzt noch eine kleine, kurze Programmansage. Mein RTL! In den nächsten Wochen kommt dann ausnahmsweise mal kein ASL mehr, sondern ein anderes Spiel. Ich wünsche euch viel Spaß damit. So, das war's und das war's für heute, wenn euch das Video nicht gefallen hat. Lasst wie immer einen Daumen runter da. Dann bis zum nächsten Mal. Und... Ich bin der Rucksack voll mit Zeugs und vielem allerlei. Alles, was du vielleicht brauchst, das habe ich dabei. Bye-bye.